So Leute, ja willkommen zurück, weiter geht's mit dem nächsten roten Stein und zwar diesmal Datenscan Upgrade Verkleidungsherausforderung. Was es damit auf sich hat, ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal, wenn du diesen roten Stein haben willst, ist das einer der Gründe, warum du dieses Video hier überhaupt guckst. So, mit geht's Richtung Orban, ab nach oben und hierfür brauchst du Chase und der muss die Fähigkeit schon haben, diese Spuren halt lesen zu können. Ich glaube, in der Story lernt man das so oder so, also sollte das kein Problem sein. Okay, hier einmal lang von der Polizeistation hier nach oben, ich zeige nochmal kurz auf der Karte zur Orientierung. Bin ich? Ich weiß es selber nicht. Ja, da, genau, hier so ungefähr, da wo die Verkleidungskabine ist. Hier ran zu den zwei Bänken hier und da ist der rote, äh Quatsch, der rote, der grüne Mülleimer und der sollte uns dann direkt Richtung roten Stein führen. Okay, okay. Schmacht auf einen Burger oder was? Boah, wo geht's denn hier lang? Kurz mal rumgegraben und da haben wir den nächsten roten Stein. Und zwar genau, Datenscan-Upgrade, Verkleidungsherausforderungen oder was auch immer. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, normalerweise bin ich eigentlich schon mal ganz gut unterwandert, was es mit den roten Steinen auf sich hat, aber bei dem, keine Ahnung. Würde auf jeden Fall irgendwas mit Verkleidung zu tun haben und Herausforderungen. So viel kann ich schon mal sagen. Alles klar, ja, das war der roten Stein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.